Hallo Leute ich bin Manuel von Willkommen zu einer weiteren Folge von OCEAN IST HOME. So Leute am Anfang möchte ich euch etwas zeigen wie ihr seht ich habe nur ein Messer da und die Kisten sind immer noch da ich habe hier Waffe und Munition. Dann die nächste Kiste da liegen mein Essen und ihr habt vielleicht bemerkt Freunde ich habe jetzt nur noch vier Flaschen Wasser es ist so mir ist eine ungeschickt passiert und zwar ich habe vergessen zu speichern Freunde und dann musste ich noch mal nach spielen aber dann habe ich mich entschieden doch die Steinwerkzeuge nicht zu machen denn Leute wir machen gleich aus Eisen und zwar alle und heute werden wir uns darum kümmern denn wir haben Eisenerz 11 Stück das ist nicht alles wir werden noch ein paar machen und bauen aber alles nur mit dem Messer dazu brauchen wir noch etwas und zwar wir gehen mal ein bisschen Holz haken und Holz werden wir ziemlich viel brauchen dann nicht nur Eisen werden wir uns und Werkzeuge machen sondern auch ja wir werden dann uns Lebensmittel versorgen und Wasser versorgen denn ihr seht Freunde ich habe ziemlich viel Hunger deswegen gehen wir heute auch jagen wir gehen jetzt ein bisschen Steine und Eisen sammeln ich habe jetzt leise gestellt damit man besser hört ich hoffe man hört mich laut und deutlich also deutlich als das Regen und das Wetter die Wetter und Wasser und so weiter ich muss dann noch prüfen wir brauchen nämlich viel Stein und viel Holz für das was ich vor habe ich habe heute eigentlich vor gehabt euch etwas anderes zu zeigen aber das wird in der nächsten Folge sein also vielleicht nächste Folge werde ich nicht darum kümmern es geht um Kraftsachen ich möchte euch alle Kraftsachen mal zeigen manche von dieser Kraftsachen werde ich sie heute sehen ich weiß nicht ich weiß nicht ob mich man gut hört ich werde dann kümmern wenn ich am Wasser bin wenn was dann schalte ich komplett aus diese Geräusche weil der Spektron auf Minimum aber das ist ganz anders als bei normalen Aufnahmen auf Handy das ist halt anders und ich habe kein Mikro ich nehme das selbst durch Handy aus so Steine so Steine ok da liegen noch mehr nachdem wir das gesammelt haben gehen wir mal ähm jagen und dann werden wir erste Kraftsachen und das Regen ist weg zum Glück ich hasse es das ist zu laut wenn es regnet wir müssen uns dann darum kümmern beim Spawnpunkt wieder zu gelangen weil da kommen noch alle paar Tage das Flugzeug alle paar Tage das Flugzeug so die Energie haben wir genügend aber das Essen und Durst ähm da mangelt uns ok an dem Durst habe ich keine große Angst denn dort kann man was machen aber bei dem Hunger aber bei dem Hunger da müssen wir immer entweder jagen oder angeln oder ähm ja und darum andere Wege kümmern ich hoffe ich werde hier an den Tieren ähm mich beglücken nein das ist nicht das was ihr denkt sondern ähm ich hoffe ich sehe Tiere die ich jagen kann und da sehe ich von einem ich hoffe das war das Tier und nicht einfach Gras nein das war ein Hase und ihr seht hier Freunde irgendwie ist das hier verbackt Freunde also die Tiere in jedem Update in jedem Update war ich hier verbackt die randen weg als ich damals angefangen habe und ich musste dann diese Pforte da drücken und dann ähm hinterher rein aber für diesen Back kann ich nichts okay den Rehbit haben wir also den Hasen jetzt müssen wir nur noch den ausschlachten werden wir auch machen wir bekommen dafür Fleisch Fleisch ist immer gut so Fleisch dann zwei Tuch also Leder werden wir auch brauchen und Fett okay Freunde erstmal Inventar zu und den Rehbit nur lassen also gleich so jetzt gehen wir weiter ich hoffe man hört mich gut also wie gesagt oh da ist ein Reh Freunde den möchte ich haben der wird jetzt automatisch einvisiert wie ihr seht wenn ich diesem Foto drücke aber auch der ist verbackt ich hab gedacht der rennt mir weg aber nein so jetzt werden wir den Reh mal verschlossen schön in der Seite rein mit dem Messer der braucht schon ein bisschen mehr okay jetzt nur noch beim Schlachten der gibt schon uns mehr also der gibt uns zwei Fleisch okay dann fünf Tuch sehr schön und Fett also dieser Bug Freunde dazu kann ich nichts wie gesagt also das ist einfach verbackt das ist von dem Spiel her es war allerdings vor dem Catch nicht so wie gesagt ich musste da hinterher rennen und die versuchen zu treffen irgendwann mal gab es diesen Bug aber ich glaube es macht nicht so viel aus dass man diesem Spiel jetzt nicht spielen könnte also mir nicht es ist sogar leichter ich muss nicht hinterher rennen so ich sehe hier Holz jetzt können wir uns holen Freunde wenn wir sowas hier sehen bekommen wir jeweils mehr Holz oh ich sehe auch ein Bier muss ich weg ich habe Angst also nicht mit dem Messer mit dem Bier kämpfen der wird euch einfach auseinandernehmen wenn ihr sowas hier sieht bekommt ihr ziemlich viel Holz so das sind aber auch zwei Rehe scheiße und ich habe Angst weil da in der Nähe der Bär ist ich versuche mal leise die Rehe zu killen Freunde Hi Jungs also jetzt suchen wir die Rehe mal zu killen dann haben wir ja sehr viel Essen komm killen wir schon da habe ich ja Glück Freunde dass ich jetzt auf Rehe gestoßen bin und dass wir jetzt Fleisch haben denn ich könnte euch gleich diese Jagd zeigen Normalerweise macht es mir Spaß wenn man hinterher rennt also früher war es auch so aber Freunde wie gesagt ich kann nichts dafür dass es so verbackt ist dieses Spiel immer noch in Entwicklung glaube ich also da wird bestimmt noch mehr kommen so zwei Fleisch sieben Tücher also das nehme ich gerne an mich so Entschuldigung Freunde und den Fett nehme ich auch gerne an mich ich weiß zwar nicht für was das man benutzt aber wenn wir das bekommen kann man auch auch benutzen ich glaube für eine Lampe ist das also Öllampe so so ja ich weiß ich weiß Tierquälerei aber ich ich bin einfach nur am überleben interessiert so dann gehen wir wenn wir das Tier jetzt häuten gehen wir zurück denn wir müssen uns jetzt um Kraftsachen kümmern ok ein Fleisch ok passt mir auch also ich habe jetzt sechs Fleische sehr viel Fett also 16 Fett und Tücher aber Apropos Freunde wir können schon uns Einzig Sachen kraften zwar für diese Tücher aber wir können auch uns bewaffnen machen und da ist auch noch einer kann ich doch mir nicht umgehen lassen wir müssen wir müssen nachher wir müssen nachher wir müssen nachher kommen Darauf freue ich mich. Fett und Zücher. Entschuldigung Freunde, dass ihr diese seitlich hier seht, aber ab und zu mal komme ich da ran. Wir verziehen uns Freunde. Wir haben nicht mehr so viel Energie, aber wir müssen so viel noch kraften. Also wir verziehen uns und fangen an zu kraften. Wir werden jetzt unsere Lebensmittelversorgung herstellen, unsere Trinkversorgung herstellen und natürlich brauchen wir wie gesagt das Eisen. Das nötige Eisen wird auch gebraucht. Ich hoffe ich schaue es nicht gut, weil das ist so gut gelaufen mit dem Jagen und so. Ich könnte euch zeigen wie man jagt. Ja es ist halt verbackt Freunde, aber ich kann ja auch nichts dazu. So wir haben noch 44 Energie Freunde in der Zeit, bis wir es noch haben, werden wir jetzt uns mal schöne Sachen kraften. Also ich nehme jetzt die ganzen Steine an mich und das ganze Holz, denn wir kraften drei Sachen heute. Zwei davon weiß ich, dass man immer wieder Plätze, andere Plätze wählen kann, also immer wieder verstellen. Bei einer davon bin ich mir nicht sicher und das macht mir ein bisschen Sorgen. So ich brauche Stein, dafür habe ich noch 20 Stück da und ich brauche Holz. Holz habe ich 119, ist ok. Den Quarz kann ich jetzt weg machen. Lehm genauso. Den werden wir später brauchen. Das ganze auch. Das ist glaube ich für Pulver gewesen. Eisenarzt. Oh das ist ja was anderes. Ok das habe ich mit dem verwechselt. So und ansonsten fangen wir an zu kraften Freunde. So zum Lebensmittel. Ich habe hier jetzt sieben Fleisch. Das werden wir brauchen. Also das bleibt. Aber Fett und Tücher lege ich auch hier ab. So Leute jetzt aber zu dem Kraften endlich. Kraften Sachen. Wir brauchen folgendermaßen. Folgendes folgendes. Wir brauchen die zwei Sachen. Den und da unten. Also den offen brauchen wir. Okay. Leider wird uns nicht reichen für den Brunnen. Die Steine reichen uns nicht. Aber das werden wir jetzt mal versuchen zu vollen. Wofür habe ich den offen. Wofür habe ich den offen gebaut. Wofür habe ich den offen gebaut. Wofür habe ich den offen gebaut. Werdet ihr jetzt sehen Freunde. Den offen werde ich runterziehen. So. Ok. Jetzt werden wir uns mal gucken. So. Ich kann es immer wieder woanders hinstellen Freunde. Das werde ich auch jetzt zeigen. So. Ich kann es immer wieder woanders hinstellen Freunde. Das werde ich auch jetzt zeigen. So. Okay. Und da unten direkt finden. Denn der steht sowieso falsch. Ich muss den. Moment. Und drehen. Nicht laufen. Und drehen. Ich wollte es in der Ecke haben. Werde ich auch hin stellen Freunde. So. Mein offen. so jetzt habe ich wie gesagt ich kann ihn immer wieder woanders hinstellen loslassen mal gucken ja es sieht gut aus jetzt zeige ich euch zeige ich euch was wir jetzt machen wir haben noch energie zum glück also ich brauche jetzt eisen zu eisenwerkzeugen dazu gehen ja hier ein den eisen holen jetzt runter ok jetzt guckt euch das an was wir machen können können jetzt ein bisschen holz reinlegen natürlich nicht das ganze holz so dreiten holz rein und natürlich unsere eisen habe ich dann nicht mitgenommen naja ok unser eisen liegt da unten umgekehrt und jetzt anzünden und warten wir warten bis der eisen fertig ist hoffe ich habe es richtig hingelegt ja da ist und kommt hier runter und er kommt in acht stück jeweils also werden ziemlich viel eisen haben also dem lassen jetzt kurz kochen also der eisen kochelt hier kann ich euch zeigen hier unsere eisenfabrik der eisen kochelt man kann hier leider kein fleisch einbraten so schon 24 eisen das hole ich mal runter sehr schön der rest lasse ich kochen und jetzt lasse ich mir werkzeuge bauen guck mal wie viel eisen wir für unserem zum beispiel achst brauchen ihr seht wir haben für unsere achst ich mach mal vorschlags hammer als erstes denn freunde ich will die ganzen werkzeuge haben das heißt alles was aus eisen ist wird auch hier gemacht also ich werde da alle werkzeuge haben also hammer vorschlags und eine axt für das holz also machen wir auch gleich so lassen wir auch axt kraften nachdem vorschlags hammer fertig ist wir haben auch hier für eine achst auch genügend eisen da also der bröst kochelt noch so so jetzt gehe ich mal hier raus gehe in meine werkzeuge rein liegt den hammer hier drauf fertig und ich guck natürlich was unsere eisen hier so macht ja noch ein eisen kochelt noch also einen haben wir noch der gekochelt sein muss und dann schalte ich vorher aus denn das verbrennt einfach unser holz und davon haben wir nicht viel so wir haben erste eisenwaren das legen wir gleich hier rein und liegen gleich in unserer werkzeugkiste beziehungsweise beziehungsweise unsere sachen hier ab und der eisen soll jetzt so und ich nehme den eisenball mal mit so wofür habe ich das gemacht ich möchte euch etwas zeigen und zwar zum beispiel mit unserer eisenachs so sieht sie aus gehen wir jetzt holzhaken ja wir gehen holzhaken und mit dem hammer werden wir steine kloppen so ich habe noch ein wenig energie wie ihr seht wir bekommen genauso viel wie mit dem steinachs genauso die menge an und mit dem holz ran nur das sieht halt schön aus und das geht halt schneller die bäume zu kloppen so auch der hammer kann man auch holz kloppen wie ihr seht aber ich wollte es einfach um euch zu zeigen so ich hoffe ich finde irgendeinen stein freunde denn wir haben nur noch sechs energie da ist ein stein da kann ich euch gleich präsentieren wir haben nur noch sechs energie freunde und wir haben riesen hunger zum glück haben wir fleisch und nächstes mal machen wir weiter das essen vorsorgen ja eisenhärz haben wir auch gleich vier stück jetzt bekommen wir ziemlich viele sachen so ich habe jetzt dritten hier so freunde ich hoffe diese folge hat euch gefallen und ja ich mache dann mal speichern und wir sehen dann in der nächsten folge wenn wir weiterhin uns die sachen mal besorgen werden ich speichern mal woanders denn freunde zum sicherheit so vielen dank fürs zuschauen ich hoffe diese folge hat euch gefallen und hat auch spaß gemacht nächstes mal machen wir weiter mit brunnen und essen vorsorgen bis dahin freunde ich wünsche euch noch schönen tag und ja tschüss